Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel am zweiten Spieltag. Das findet am 16.06. um 21 Uhr im Stade de France Paris statt natürlich hier in Deutschland im Olympiastadion. Das lässt sich leider nicht ändern. Wir hoffen mal, dass das in FIFA 17 dann vielleicht mal der Fall sein wird, aber glauben wir eher nicht. Wir hoffen auch, euch hat das vorige Spiel halt gegen England-Wales gefallen. Oh, Leroy Sané dort erst. Oh, die spielt eigentlich halbe Bundesliga und da ist schon mal das 1-0 für Deutschland. Vier Minuten gerade gespielt und dann der Mann, dessen vier-Sterne-Trikot. Ich auch besitze Thomas, der Ultimativ Müller. Das ist schon mal ein guter Einstieg. So gut ging es bei Wales und England halt nicht so. Nicht spoilern. Aber wir wollen natürlich auch nicht spoilern, das wollte ich eben gerade nur sagen. Ja, ja. Auf jeden Fall trotzdem ein sehr geiles und spannendes Spiel. Alter, die Polen. Mann, was haben die für Fußballschuhe. Wieso? Götze. Alter, wieso hast du den nicht angenommen? Den hättest du dreimal mit dem linken Fuß annehmen können, Alter. Mann, die Polen können ja gar nichts. Außer das gewisse eine. Sie wissen, was hier fehlt. Und das ist, das nervt mich halt auch, Alter. Das ist, dass du... War nichts. Das war nichts. Dass du einfach nicht schnell einspielen kannst, Alter. Dass du Ewigkeiten warten musst. Aber Milik bekommt erstmal die gelbe Karte. Also Einstürmer schon mal. Take the way, echt jetzt. Echt jetzt? Alles klar. Echt jetzt, Alter? Kein Bock mehr auf meine Spieler, ey. Das sind alle sinnliche verrückten, geschnurrten Fußballspieler von anderen Ländern. Nee, ich bin kein Bassist und das war auch nicht witzig. Aber naja. Ja, 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 genau. Genau. Er kriegt seinen Fuß dazwischen. Und jetzt hier Blaschikowski, die fette Sau. Blaschikowski! Er muss doch das machen! Tja, das hätten wir uns schöner vorstellen können. Blaschikowski! Skilinski! Hast du gehört? Skilinski! Und dann Abseits? Nein! Foul! Skilinski ist unser Skilinski! Wieso unser? Wer ist das? Kenne ich ihn? Muss ich ihn kennen? Klar, er ist der Skilinski! Achso, er ist der Skiller oder was? Ja, genau. Okay. Jetzt überlegen wir gerade, wo wir ein hinspielen. Weil alles sieht irgendwie doof aus. Aber bei Leeroy Sané ist gerade irgendwie ein bisschen frei. Ah, der Pass ist schlecht. Und Klick ist doch noch schlechter. Der Schuss war auch so schlecht. Ja, ich wollte jetzt zurückziehen, aber ich hatte dann wieder gedacht so, ah, den wirst du mir bestimmt dann wieder abnehmen. Klar. Dann weißt du ja, was dir fehlt. Foul! Was?! Mir wurde am Trikot gezogen und dann gibt's Foul für Polen, Alter. Naja, das kann ich wahr sein, Alter. Boah, perfekter Pass auf Piszczek. Okay, er ist unbeweglich wie ein Stück Holz. Ja, genau. Ich hab nix. Zieliński bekommt jetzt für seine zweite Attacke natürlich die gelbe Karte. Das guckt sich der Schiedsrichter hier nicht mehr lange an. Ja, hier hakelt's einfach für die Polen die gelbe Karte, damit sie nicht vergessen, was ihm fehlt. Mann, oh Mann, der Schiedsrichter ist rassistisch. Nein! Doch. Ja, genau. Ich hab Ball gespielt. Komm, Alter. Ja, jetzt humpelt der auch noch, die fette Sau. Wo spielt meiner denn jetzt hin? Was ist hier los? Wir führen 13 zu 0. Alles klar. Ich dachte, es gibt nicht mal Ecke. Jetzt. 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 Was? Was? Was macht der? Schukala. 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 Ja, könnte das nur bitte auf. Na ja, war jetzt nix gewesen. Ich bin kurz aufgerutscht. Da lag grad eine polnische Banane, Alter. Ah, da haben wir Özil. Äh, 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 hier. Özil. Ich wollte grad sagen, Otzmann, Alter. Okay, geht einfach mal. Was? Groszitzki! Groszitzki! Ja, der ist so unbeweglich. Leroy ist eine ähnliche Karte für nichts, Alter. Er hat gar nichts gemacht, Junge. Wie wird es rettet? Auch wenn nix zu retten war. Wie wird es rettet? Auch wenn diesmal sehr viel da war. Deutschland. 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 Ah. Unser Nachbar, der ist da. Ah, Alter. Ich wollte doch schnell ein... Ah, das war so klar, Alter. Das musste jetzt sein. Rot. Nein. Mann, das war ne eindeutige Torschau. Nein. Mann. Gibt noch Geld, Rommels. Mein Gott, Alter. Ja, er schießt schon wieder nicht. Er macht nur Kacke, Alter, Alter. Alter, Mann. Kotzt mir die Kacke an. Jetzt komm her, Mann. Ich hau dich jetzt um. So, vor Ende der zweiten, ersten Hälfte gibt's hier nochmal die Ecke. Und es gibt nix mehr. Leider bleibt es 0 zu 1 für Deutschland. Wir gehen wieder mal in Führung. Und diesmal wird es wieder eine Nullnummer. Genauso wie halt schon beim letzten Mal. Das ist doch schön. Ich möchte die Polnische Schafe. Ich bin ne Polnische Schafe. Und jetzt muss ich natürlich drei gelbe Karten und es mir rausholen. Und mir bleibt leider nix anderes übrig. T. Mulla. Mann, ist mein Torwart scheiße. Geh doch weg, Alter. Fette Sau-Schule, Mann. Mustafi bringt her, ist klar. Ist klar, Mann. Okay, wo ist jetzt die Verteidigung? Ja, der Pass war richtig schlecht. Gut gemacht, Stilinski. Ja, wieder durchkommt. Wieder durch. Jetzt, ja, es gibt Elfmeter, es gibt Elfmeter, es gibt Elfmeter und Rot für den Polnischen Torwart. Rot für den Polnischen Torwart. Oh, ho, 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 ho. Rot für den Polnischen Torwart. Bitte in die Kommentare reinschreiben, Hashtag Rot für den Polnischen Torwart. Und Müller kann jetzt hier auch nochmal auswechseln, äh, austeilen. Alter, Held Jetzt gibt's nicht, Alter Wie bist du darauf gekommen, Junge? Ja, mein Gott, rechts schießt jeder Das ist aber Super Apfelschürle Mach das Ding rein Ja, Mann Das Herzchen hier Der Apfel, der deutsche Apfel Fällt nicht weit vom Stamm Was für ein Wortspiel, Alter Schöner Pass Zu Apfel Und dann greift ihn keiner richtig an Der Apfel Er fällt halt nicht weit vom Stamm Also ich muss ja sagen, die Polen sind richtig scheiße Ja, ist so, Mann Die sind auch voll unterbewertet Hier in FIFA Akadio Schmielek, 73, ist klar Hat halt nur eine super Saison Gespielt Und weil er Der Pole ist Und weil er weiß, was dir fehlt Saison Bastian Schwein Oh! Der Keeper hat auch nichts außer überhalten Mann Der war gut Oh, der war richtig gut Der war richtig gut gewesen, Alter Ganz ehrlich Die haben nichts in der Offensive Und nichts in der Defensive drauf Kackpol Ja, 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 ich hasse aus, Mann. Wieso ist das schon wieder keiner, Mann? Nicht aggro. Ja, 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 Haul. Super Götze macht's halt. Der polnische Trainer rät sich auf. Na, guck. Nee, war nix gewesen, außer Spesen. Ja. Passt den Ball wieder ins Nevada-Land. Auswechseln kann ich auch nicht, Mann. Und leider auch nur dreimal, wenn ich könnte. Ich würde nämlich gleich die ganze Mannschaft hier weg. Geh doch weg, du fette Sau. Was macht der für'n Schuss? Dicker, was? Der muss sitzen, ey. Wahnsinnig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sag nix mehr. Mann, wo ist der, geht doch in den Winkel, du Hohensohn. Nein, nicht heulen. Einfach besser schießen und dann feiern, ey. Mann, Mann. Er, 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 vielleicht irgendwo ins Nevada-Land, ey. So, jetzt aber. Ja, jetzt hält Neuer, ist klar. Hab nix gemacht, Mann. Scheiß rassistischer Schiedsichter, Mann. Immer gegen die Polen. Denn sie wissen nicht, was ihnen fehlt. Ich hab auch noch Hunger. Mann. Ja, natürlich. Natürlich. Der ist so dumm, Lewandowski. Oh mein Gott. Das war noch Paul Bumia. Ja, ha, ha, ha. Zehnmal. Für FIFA. Nein, nein. Er spielt in der Kreisliga. Bei, bei, schießt mich tot, Sportsfreunde irgendwas. Ja, neuer kommt er natürlich raus. Mein Torwart würde den natürlich in uns abprallen lassen. Das ist doch hier Benachteiligung von den Polen. Wieso, wieso geht da denn keiner hin, Alter, Mann? Alter, es kann nicht wahr sein. Er bleibt dann, Götze, bleibt dann einfach stehen, Alter. Grennt nicht weiter. Ja, nehmen wir den Ball ab. Ja, Kuba, Ball holen. Nicht kämpfen, Ball holen. Ja, nein. Das war doch noch gespeichert. Ja, genau. Da kommt wieder jeder von dir ran, Alter. Weil deine ja so viel beweglicher sind. Ja, Mustafi ist so gut. Genau, genau. Hier, komm her. Leck mich doch am... Er gewinnt das Kopfballduell nicht, Nutte. Mann. Beep, ey, kann nicht mehr. Mann, er ist sogar langsam, so langsam gegen Mülle das Laufduell zu gewinnen in FIFA. So, jetzt hier. Lasikoski. Oh mein Gott. Er empfiehlt dir die, empfiehlt dir der Aussauer. Deine Aussauer war schon absolut am Boden. Ey, mein Torwart ist auch da. Leck mich. Hau doch den Kieper um, du Arschloch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab auf den Mann gespielt. Ich hab auf den Mann gespielt. Guck dir das an, Alter. Guck dir das an. Ich hab sogar noch auf den Mann gespielt. Oh, der Billy Beck hat's nicht jodelt. Wenn Polen unter euch ist, nehmt's mich ernst, aber ganz ehrlich, die Scheiße sind die Polen. Die Polen wissen, was ihnen fehlt, Alter. Die richtige Fußballmannschaft. Alter. Jetzt wird auch viel. Leck mal das kriegt hin. Und wir gewinnen zu verdient 0 zu 3, Alter. 3 zu 0, meine ich. Ich hoffe, das geht auch so in echt aus. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen Tschüss aus Paris. Bis dahin, liebe Zockerfreunde und haut rein.